Liebe Zuschauer, das folgende Gespräch wird ein ganz besonderes sein. Mein Gesprächsgast gehört zu den bedeutendsten Menschen dieses Planeten, zu den bedeutendsten Menschen Russlands und es ist ein ganz besonderes Vergnügen, eine ganz besondere Ehre, dass wir die Möglichkeit haben, mit ihm persönlich zu sprechen. Herzlich willkommen! Nun, ich möchte mich für die Gelegenheit bedanken, ein Interview zu geben und ich möchte mich kurz vorstellen. Ich, Grigori Petrovic Grabovoy, wurde am 14. November 1963 im Dorf Bogara in Kirov, Bezirk Kirovski, Chimkenta-Gebiet, Kasachstan, geboren. Ich habe die Schule in Kasachstan beendet, danach absolvierte ich die staatliche Taschkenta-Universität im Fach Mechanik an der Fakultät für angewandte Mathematik und Mechanik. Anschließend arbeitete ich im Taschkenter Konstruktionsbüro für Maschinenbau, im Ministerium für allgemeinen Maschinenbau. Die Art der Tätigkeit war der kosmische Gerätebau, verschiedene Objekte für den Weltraum. Danach arbeitete ich im Forschungsunternehmen Wissenschaftliches Zentrum, in dem ich auch Leiter von Doktoranden war. Und jetzt arbeite ich in Spanien im Bereich des Weltraumgerätebaus. Gleichzeitig entwickle ich meine Lehre weiter, deren Richtung die Gewährleistung des ewigen Lebens für alle ist. Zu dieser Aufgabe führe ich wissenschaftliche Forschungsarbeiten durch, erschaffe eigene Geräte, wie zum Beispiel das PRK1U, ein Gerät zur Entwicklung der Konzentration des ewigen Lebens. Und ich kann sagen, dass die Erfindungen im Bereich des Gerätebaus patentiert werden, was allen Menschen die Möglichkeit gibt, diese Geräte zu nutzen. Wie kam das zu, ich sag mal, Ihrer Berufung? Mit wie vielen Jahren hat das angefangen? Wie haben die Menschen, wie hat das Umfeld auf diese besonderen Fähigkeiten, auf diese Berufung reagiert? Einfachs dachte ich, dass die Fähigkeit, etwas zu sehen, was von mir entfernt, geschieht, das mit physischen Augen nicht zu sehen ist, die gängige Norm darstellt. So wandten sich in der Kindheit Kinder an mich, um zu erfahren, wo sich wer befindet. Ich habe es ihnen erzählt, dachte aber dabei, dass dies alle können. Wenig später stellte sich heraus, dass sich diese Fähigkeit auf die Fähigkeit des Hellsehens bezieht. Als ich diese Fähigkeit während des Studiums schon konkreter benutzt habe, als ich Antworten geben konnte, ohne die Aufgaben zu lösen, war es bereits anerkannt, dass ich über eine spezielle Fähigkeit verfüge und meine Umgebung reagierte sehr positiv darauf. Das heißt, als ich zur Schule ging, fragten die Kinder oft um Rat. Es gibt sogar Videos, die von den Vereinten Nationen in meinem Aufenthaltsort in Kasachstan gemacht wurden. Es wurden Fragen an meine Mitschüler gestellt und sie erinnerten sich an Fälle, dass ich zum Beispiel jemandem gesagt habe, nicht über den Balken zu gehen, weil er herunterfällt. Die Person hörte nicht darauf und fiel herunter. Sie haben mich als einen Menschen wahrgenommen, der mit seinen Tipps hilft. So war die Beziehung der Leute in der Umgebung zu mir insgesamt sehr gut. Generell denke ich, dass es immer nützlich ist, eine zusätzliche Fähigkeit zu dem zu haben, was einfach nur auf logischer Ebene getan werden kann. Es gibt zahlreiche Menschen, die als Bewusstseinsforscher tätig sind. Was unterscheidet Ihre Art der Arbeit und was unterscheidet Sie von anderen Bewusstseinsforschern? Nun, im Allgemeinen denke ich, dass innovative Wege der Bewusstseinsforschung für die Menschen unentbehrlich sind. In meinen Forschungen stütze ich mich darauf, was ich konkret selbst mache. Das heißt, ich selbst benutze zum Beispiel das steuernde Hellsehen oder die steuernde Prognose, überzeuge mich davon, danach führe ich wissenschaftliche Forschungen durch. Da ich eine physikalisch-mathematische Ausbildung habe, führe ich gleichzeitig physikalische und mathematische Berechnungen durch, die Patentierung der Ergebnisse meiner Arbeiten inbegriffen. Dafür benutze ich sowohl die klassische Wissenschaft, die es ermöglicht, viele Prozesse zu objektivieren, als auch meine eigenen wissenschaftlichen und Forschungsverfahren, wenn die bekannte, klassische Wissenschaft keine exakte Lösung liefert und ergänze den Forschungsbereich, um ein Ergebnis zu erhalten. Ziel all dieser Aktionen ist die Gewährleistung des ewigen Lebens für alle. Somit ist diese Praxis reich an praktischen Ergebnissen, die ich anhand wissenschaftlicher Methoden und meiner persönlichen Praxis objektiv darstelle und es gibt auch umfangreiche, praktische Ergebnisse meiner Anhänger. Auch im Internet konnte man lesen, dass Ihre Passnummer und Ihr Geburtsdatum identisch sind. Ist das ein Zufall, ist das ein gutes Zeichen oder stimmt es gar nicht? Na, jetzt werde ich auf die Nummer schauen. In der Passnummer überkreuzen sich nur die Ziffern 1, 4. In diesem Fall kann ich generell sagen, dass Daten, die eine Überschneidung von Zahlen verschiedener Informationsbereiche betreffen, immer eine Aufgabe für eine Steuerung sind. Man kann mit beliebigen Zahlen immer optimal lenken. Selbst wenn zum Beispiel etwas übereinstimmen würde, denke ich nicht, dass eine Überschneidung der Information eine Art von Fixierung erfordert. Mir ist aufgefallen, dass es beispielsweise bei der Arbeit in Spanien im Bereich des kosmischen Gerätebaus bestimmte Aufgaben in Bezug auf die Notwendigkeit gibt, dringende oder aktuelle Aufgaben planmäßig zu erfüllen. Hier erfolgt der Einsatz der sogenannten digitalen Kontrolle über die Fristen, über die Analyse des wirtschaftlichen Teils, über die Analyse der Produktion, bei der Zahlen benutzt werden. Hier können natürlich in einigen komplexen Strukturen digitale, analytische Studien angewendet werden, auf Basis aktueller ökonomischer Gesetze oder zum Beispiel auf Basis anderer Aufgaben, beispielsweise ein gewünschtes Produkt schnell herzustellen, das sehr schwierig in der Konstruktion ist. Also ich meine, dass in der Regel als Antwort auf diese Frage gesagt werden kann, dass man sich mit der Erforschung der Reaktionen von digitalen Systemen beschäftigen und sie analytisch einsetzen sollte, aber dabei natürlich immer auf der Ebene der Steuerung dieser Systeme verbleiben sollte. Kommen wir zu Ihrer Arbeit als Bewusstseinsforscher, menschliches Steuern von Ereignissen. Wo sind da die Grenzen? Gibt es überhaupt Grenzen? Ich denke, dass es keine Grenzen gibt, weil man das Bewusstsein unendlich entwickeln kann. Auch die Logik der Erkenntnis zeugt davon. Und da ich mich gerade mit den Technologien des ewigen Lebens beschäftige, so ist meine Aufgabe die unendliche Entwicklung des Bewusstseins bei allen als eine Aufgabe, die alle verwirklichen sollen. Ist das etwas, was dieses Steuern, was jeder erlernen kann? Gibt es Menschen, die es können? Und solche, die es nicht können, kann das im Zweifelsfalle jeder schaffen? Nun, so wie für jeden das Leben auf ewige Zeit gegeben ist, so wird jeder von vornherein auch mit dem Arsenal der Steuerung geboren, das ihm im Grunde erlaubt, in der Tat ewig zu leben. Wenn er nicht damit beginnt, Elemente der inneren Entwicklung zu vergessen, oder wenn er steuernde Mechanismen nicht rechtzeitig einschaltet. Deshalb meine ich, dass es jeder tun kann, ohne Ausnahme. Und meine Aufgabe ist es, den Menschen jene Mechanismen zu eröffnen, die es ihnen ermöglichen, real zu erkennen, dass sie wirklich unendliche Handlungen vollbringen können. Sie können zur rechten Zeit ihre Kreativität entfalten, eine Zeit lang ruhig sein, und im Großen und Ganzen können sie, indem sie ein normales Leben führen, wie alle Menschen ewig leben. Und das heißt selbstverständlich auch, dass es keinerlei Einschränkungen gibt. Jeder kann sich alles aneignen, was nötig ist, und jeder kann fähig sein, rechtzeitig im erforderlichen Umfang genügend Kenntnisse zu erwerben, um ewig zu leben. Welchen Beitrag müssen Sie, oder müssen Sie überhaupt einen dazu leisten, damit die Menschen das erlernen? Geht das nur mit Ihrer Hilfe? Gegenwärtig habe ich ein Ausbildungsprogramm für meine Lehre, das wie ein Standardbildungsprogramm funktioniert. Viele Werke wurden herausgegeben, wobei alle ins Programm aufgenommenen Werke veröffentlicht sind. Das Programm ist prinzipiell so aufgebaut, dass meine Werke einfach in aufsteigender Datumsfolge angeordnet sind. Deshalb ist bei diesem Ausbildungsprogramm wie auch bei jedem anderen in Textform gegebenen Ausbildungsprogramm meine spezielle zusätzliche Teilnahme nicht erforderlich. Ausnahmen bilden in einigen Fällen Erläuterungen, was ich aber nur selten mache, weil das Programm selbst so aufgebaut ist, dass der Mensch im Grunde die Antwort allein finden kann. Ich kann aber sagen, dass meine Teilnahme erforderlich ist, um neue Kenntnisse zu geben, sagen wir, durch neue Bücher, Werke, die sowohl durch das Internet als auch in anderer Form Verbreitung finden können, weil sich die Welt verändert. Alle Informationsbereiche, die es auf der Welt gibt, zu überblicken, zu einem Einheitlichen zu verbinden, ihre Wechselwirkung zu prognostizieren, ist meiner Meinung nach die Arbeit, die ich tun kann. Natürlich ausschließlich in dem Bereich, der meine Werke betrifft, um sie weiterzuentwickeln. Daher ist es hierbei für alle, die nach dem Standardprogramm lernen, nützlich, sich einfach nur in regelmäßigen Abständen mit den neuen Materialien vertraut zu machen und zu studieren, was ich kontinuierlich in das Ausbildungsprogramm aufnehme. Viele Wissenschaftler auch, auch andere, sprechen davon, dass wir in einer besonderen Zeit, jetzt in einer besonderen Zeit leben, dass eine Art Quantensprung bevorsteht, der sowohl das physische Leben der Erde und der Menschen verändert, als auch das Bewusstsein. Was ist davon, was ist von diesen Überlegungen eines solchen Quantensprungs zu halten? Nun, ich kann sagen, dass ich in der Schule, in der Universität, in der ich Deutsch lernte, einmal ein Buch in deutscher Sprache über die Quantenmechanik lesen musste. Darin gab es den bestimmten Standpunkt, dass ein Quantensprung ein gewisses höheres Energieniveau ist. Angesichts der Tatsache, dass es ein bestimmtes duales Organisationsprinzip der Materie gibt, das heißt, eine Mikrosubstanz kann auf Mikroebene als Teilchen und als Welle betrachtet werden, so können wir sagen, dass diese Richtung wirklich extrem wichtig ist, sogar vom physikalischen Standpunkt aus, vom Standpunkt der Anhebung des allgemeinen Energiestatus, der eben als eine Art Quantensprung betrachtet wird. Quantensprung Dabei ist klar, dass es sowohl eine verallgemeinerte Ansicht als auch zum Beispiel eine professionelle Ansicht gibt. An der Universität hatten wir einen jährlichen Kurs in Quantenmechanik. Ich kann beispielsweise aus Sicht des bekannten klassischen Wissens und aus Sicht der allgemeinen Wahrnehmung dieser Richtung des Quantensprungs sagen, dass die Lösung der Fragen zur Anhebung eines bestimmten Energieniveaus für die Lösung endloser Fragen des Lebens in der Tat die einzig grundlegende und einzig wahre Richtung in der Entwicklung ist. Deshalb erstelle ich gerade jetzt Technologien, die es aus Sicht des Quantensprungs, aus Sicht der Energieebene und der Erhöhung dieser Ebene ermöglichen, solche Ebene rechtzeitig zu erreichen, was auch im Lehrplan steht. Unter anderem mithilfe verschiedener Geräte, wie zum Beispiel das Gerät zur Entwicklung der Konzentration des ewigen Lebens, PRK1U, um alle Menschen schneller auszubilden, sogar diejenigen, die mit dieser Seite des Lebens nicht vertraut waren. Denn für das ewige Leben ist es natürlich erforderlich, rechtzeitig zu handeln, da die Aufgabe des ewigen Lebens für alle gilt. In diesem Zusammenhang kann ich sagen, dass ich natürlich diese Richtung entwickle und versuche, sie nach diesem Kriterium für alle zugänglich zu machen. Diese große Veränderung, dieser Quantensprung, sagen wir mal, betrifft der letztendlich alle Menschen? Und wenn nein, was ist mit den Menschen, die davon dann, ich sag mal, leer ausgehen, die davon nicht betroffen sein werden? Was passiert mit denen? Es ist so, dass der Begriff des Quantensprungs als eine beispielsweise umfangreichere, gesättigte Energieebene alle betrifft. Gerade in Bezug auf die Perspektiven und auf die Notwendigkeit des ewigen Lebens aller, eine Notwendigkeit aus Sicht des fundamentalen Weltaufbaus. Daher ist es selbstverständlich, dass diese qualitativ andere Ebene, auf der die Energieauffüllung des Menschen dadurch bestimmt wird, dass die unendliche Zukunft einen riesigen Energiestrom auf die Gegenwart gibt, alle betrifft. Ein anderer Punkt ist die Notwendigkeit einer umfangreichen Aufklärungsarbeit. Wichtige Richtungen bei den Erklärungen genau dieser Situation zu finden, mit denen klar wird, sowohl aus Sicht der klassischen Physik als auch aus allgemeinem Verständnis über den Quantensprung, dass alles überwindbar ist. Wenn wir zum Beispiel aus Sicht der Quantenmechanik die Schrödinger Gleichung in der Quantenmechanik betrachten, so kann ich sagen, dass es bestimmte Lösungsarten gibt, die es erlauben, sehr viele Fragen der Quantenmechanik zu lösen, die bisher noch nicht gelöst sind. Aber insgesamt ist das Potenzial der Wissenschaft, Mathematik, Physik und andere wissenschaftliche Richtungen sehr hoch, um allen Menschen auf wissenschaftlicher Ebene zu helfen. Und auf Ebene der geistigen Entwicklung kann sich natürlich jeder selbst vorbereiten, indem er sich das Bildungsprogramm meiner Lehre aneignet und quasi einfach auf die Ebene der Wahrnehmung übergeht, auf der eine immense, unendliche Zukunft als ein anderes Energieniveau wahrgenommen wird. Und wenn der Mensch seine Horizonte sieht, ist er frei und kann ewig leben. Also finde ich, dass hier mehr die Rede von der Erkenntnis, von der Ausbildung ist und dies kann durch bekannte Mittel erreicht werden, die sehr effektiv sind und das Erlangen des Ergebnisses garantieren. Es handelt sich ja hier dabei um einen globalen Prozess der Umwandlung der Realität, vielleicht sogar der Neuschaffung von Realität. Was ist Ihr Beitrag, was ist Ihre wahrscheinlich nicht ganz leichte Aufgabe in diesem Zusammenhang? Nun, wie gesagt, beschäftige ich mich mit der Realisierung des ewigen Lebens für alle. Und in Bezug auf die Umwandlung der Realität geht es hier darum, dass es mehr Wissen, eben mehr Wissen dieser Art geben sollte. Man könnte sogar allgemein sagen, hochspezialisiertes Wissen, welches das ewige Leben sichert. Obwohl der Begriff einer engen Spezialisierung in diesem Fall mehr über die ständige Ausrichtung in Richtung ewiges Leben aussagt. Ich bemühe mich, im Rahmen genau dieser Aufgabe beizutragen, was ich zum Beispiel anhand meiner Fähigkeiten sehe, was ich bestätigt habe und ich versuche andere Menschen durch meine verschiedenen Werke auszubilden, die von mir ständig herausgegeben werden. Das bedeutet, es erlaubt den Menschen in dem sie ein normales, natürliches Leben, ein soziales Leben führen, welches sich im Grunde genommen vom gewöhnlichen normalen Leben eines Menschen nicht unterscheidet, in der Lage zu sein, auf ein anderes, qualitatives Niveau des Wissens überzugehen. Und meine Lehre erlaubt dies, weil es eine umfangreiche Praxis gibt. Zum Beispiel sagt die sechsbändige Ausgabe Praxis der Steuerung Weg der Rettung, in der sowohl meine Ergebnisse als auch die von den Anhängern den Studenten dargelegt sind, darüber aus, dass Menschen oft sehr einfach und schnell diese Richtung der Entwicklung verstehen. Wie ich im heutigen Gespräch schon sagte, ist das bei der Geburt eines jeden Menschen in seinen persönlichen Fähigkeiten angelegt. Und in diesem Zusammenhang stellt sich heraus, dass wir jetzt praktisch sagen können, die Hauptsache ist, sich rechtzeitig das nötige Wissen anzueignen, was meine Lehre ermöglicht. Um anderen Menschen zu helfen, versuche ich technologische Bereiche wie den des kosmischen Gerätebaus zu entwickeln, um den äußeren Weltraum unter anderem in Hinblick auf problematische Objekte zu kontrollieren. Und deshalb füge ich noch meine Technologien hinzu. Wie schon gesagt, habe ich im Ministerium für Allgemeinen Maschinenbau gearbeitet, indem ich mich mit der Entwicklung von Satellitensystemen im Bereich des Weltraumgerätebaus beschäftigte. Jetzt setze ich speziell zu diesen Zwecken meine Arbeit dazu fort. Um diese Arbeit weiter zu führen, habe ich ein Warenzeichen entsprechend der Klasse registriert, die den Bau von Raumschiffen einbezieht. Ich entwickle spezielle Technologien im kosmischen Gerätebau, um nicht nur im lokalen Rahmen der Erde die Lösungen der Fragen zu ermöglichen, die mit dem Übergang auf eine bestimmte andere Qualitätsebene des Lebens der Menschen in Verbindung stehen, wenn sie das ewige Leben haben, sondern um es auch aus Sicht der Kontrolle über den Weltraum zu sichern. Deshalb denke ich, dass sich an diesem Prozess so viele Menschen wie möglich bewusst beteiligen müssen, auf dem Niveau ihres guten persönlichen Willens. Daraus ergibt sich ein frohes soziales System, gekennzeichnet durch eine sich objektiv unterscheidende besondere Eigenschaft von Freude, durch Wohlwollen und mit guten Ergebnissen. Das ist natürlich ein qualitativer Unterschied, aber gerade in der Hinsicht, wie ich es gesagt habe. Als quasi jüngstes Produkt aus Ihrer Forschungsarbeit haben Sie ein Gerät mitgebracht, PRK-1U. Wofür ist das gedacht? Was kann ich mit diesem Gerät machen? Das Gerät für die Entwicklung der Konzentration des ewigen Lebens PRK-1U wurde in Übereinstimmung mit meinen zwei Patenten geschaffen. Das erste Patent, Methode zur Abwendung von Katastrophen sowie die Vorrichtung für deren Umsetzung und das zweite Patent, System der Informationsübertragung. Im Rahmen dieses Verfahrens, in dem der Mensch ein Biosignal generiert, wie im Patent beschrieben, und auf optische Systeme richtet, verstärken optische Systeme dieses Signal. In Übereinstimmung mit dem Patent, System der Informationsübertragung, funktioniert das System so, dass das Signal praktisch sofort übertragen wird und es entsteht eine Verstärkung der Wirkung. Das heißt, die zweite Signalübertragung geschieht praktisch sofort zusammen mit der ersten. Dadurch entsteht eine leistungsstarke Ebene des Energieanstiegs der Steuerung, was übrigens dem Begriff des Quantensprungs, eines hohen Energieniveaus entspricht. Aufgrund dessen wird der Gedanke des Menschen produktiver, der Denkprozess beschleunigt sich und entsprechend der vorhandenen Praxis entwickelt sich bei den Menschen das steuernde Hellsehen. Der Unterschied des steuernden Hellsehens besteht darin, dass der Mensch nicht einfach nur das sieht, was man in großer Entfernung mit den Augen nicht sehen kann, sondern darin, dass er gleichzeitig durch die Willensanstrengung ein Ereignis in die bessere Richtung lenkt, vom Standpunkt des ewigen Lebens, der ewigen Entwicklung. Analog entwickelt sich die steuernde Prognose, das heißt für die Zukunft. Was die Ereignisse angeht, die der Mensch im geistigen Bereich und auch auf physischer Ebene in Ordnung bringt, gibt es erhebliche Verbesserungen, einschließlich des Organismus des Menschen. Als Modifikation dieses Gerätes gibt es noch Geräte in medizinischer Ausrichtung, bei denen die Konzentration des Bewusstseins in geringerem Maße erforderlich ist. Aber diese arbeiten schon autonomer, mit breit gefächerten optischen Systemen. Die Modifikation dieses Gerätes, diese Entwicklungen sind jetzt schon gemacht worden, hat noch eine zusätzliche Taste zu einer weiteren Beschleunigung, was der Ebene der Aufgaben des Quantensprungs und der Versorgung mit technischen Mitteln entspricht, dem Erlangen des erforderlichen genauen Systems bei diesem Quantensprung. Des Weiteren benutze ich Zahlensysteme, das heißt, neben den Linsen, die nächste Modifikation, werden Zahlen geschrieben, die mit Zahlenreihen arbeiten können, die ich für verschiedene Bereiche der Lenkung veröffentlicht habe. Naja, und gleichzeitig sind sie selbstständige steuernde Ebenen, die mit der Optik zusammenwirken, weil die Frage über die zukünftige Technik gerade gelöst wird. Selbst wenn das Energiesystem das elektromagnetische Feld keine Stromversorgung hat, wenn zum Beispiel das Netzteil nicht funktioniert, muss das System unendlich ewig funktionieren. Und Zahlensysteme schaffen in der Wechselwirkung mit optischen Systemen eine gewisse quantenmechanische Ebene, die dem Benutzer die Fortsetzung der Arbeit ermöglicht, wodurch seine Handlungen für ewige Zeit gesichert sind, damit er ewig lebt. Deshalb ist dies meiner Meinung nach die neue Stufe der Technik einer neuen Generation, die es erlaubt, Aufgaben unter den Bedingungen des Bedarfs zu lösen, eine endlose Menge an Energie und die Möglichkeit zu haben, diese Energie und die Handlung mit dem menschlichen Bewusstsein zu kontrollieren. Was wäre die Zielgruppe? Für wen ist das Gerät gedacht zum Einsetzen, zum Nutzen? Nun, diese Technik ist gerade dafür geschaffen und konkret dieses Gerät PHK1U, damit alle Menschen sie benutzen können, weil, wie ich sagte, jeder Mensch über potenzielle Möglichkeiten des ewigen Lebens verfügt, aber nicht jeder Mensch kann diese Richtung für sich selbst entfalten. Deshalb ermöglicht das Gerät, die Fähigkeiten bei einem Menschen zu entfalten, der vielleicht sogar noch nie zuvor über die Aufgabe des ewigen Lebens nachgedacht hat. So kann es auch von jenen Menschen genutzt werden, die geistig fortgeschritten sind, denn es entwickelt die Konzentration des ewigen Lebens von der jeweils bestehenden Ebene aus und in dieser Hinsicht hat das Gerät so gesehen unendliche Ressourcen. In dem Gerät ist die Aufgabe verankert, dass, wenn der Mensch gelernt hat, es so zu machen, wie das Gerät ihm dabei hilft, der Mensch einfach auf die nächste Stufe der Entwicklung übergehen kann. Und jener Teil, der mit Hilfe des Gerätes erlernt wurde, dieser Teil verbleibt im Prinzip bereits als persönlicher Apparat der Steuerung des Menschen. Deshalb kann das Gerät als System einer Trainingsebene betrachtet werden, die zur Lösung der Aufgaben des ewigen Lebens erforderlich ist. Also für diejenigen, die schon eine gewisse Entwicklung haben, ist es wie gesagt höchst nützlich. Ich meine, dass sie es effektiver nutzen können. Jetzt zum Beispiel bei der Arbeit mit den Modifikationen des Gerätes, mit den individuellen Einstellungen bei der modifizierten Version, bei der es eine zusätzliche Taste gibt, die die Wirkung des Gerätes beschleunigt und verstärkt, und bei der es Zahlen gibt, habe ich darauf geachtet, dass sich Menschen, wenn sie sich Infos bezüglich des Gerätes, der Arbeitsprinzipien anschauen, sich geistig entwickeln und ihre Ressourcen mehr und mehr erhöhen. Und dann kann die Ressource des Gerätes erhöht werden, können die Variablen des elektromagnetischen Feldes hinzugefügt und optische Komponenten für die Verstärkung der Arbeit verschoben werden. Wenn dieser Prozess der Einstellung beendet ist, haben die Menschen ein leistungsfähiges Gerät, welches sie individuell sehr schnell ausbilden kann. Aber all diese Angaben entstehen nicht einfach nur so, sondern weil eine Statistik gesammelt wird, damit das Gerät sehr schnell mit einem Minimum an individuellen Einstellungen praktisch universell wirkt. Somit kann jeder Mensch das Gerät sowohl auf primärer Standardebene als auch mit universellem Zugang nutzen, womit es praktisch alle Menschen nutzen können. Seit über einem Jahr läuft jetzt die Arbeit mit diesem Gerät und es gibt keinen einzigen negativen Vorfall. Daher sind die Anwendungsdaten im Bereich der steuernden Systeme für die Entwicklung des steuernden Hellsehens, der steuernden Prognose und zur Verjüngung sehr erweitert. Es gibt sehr gute Ergebnisse mit der Steuerung eines beliebigen Ereignisses. Hinsichtlich dessen können wir sagen, da diese Daten offiziell auf der Webseite ausgestellt sind, so wie in jedem wissenschaftlichen System, in dem es eine wissenschaftlich-technische Begründung, in dem es Patente, in dem es konkrete Ergebnisse gibt, die von Hunderten von Menschen bestätigt sind, so kann gesagt werden, dass dieses System völlig ungefährlich ist, keine schädlichen Felder ausstrahlt und es in der Tat ermöglicht, sich unendlich zu entwickeln und sehr schnell all das zu erfassen, was für eine qualitativ gute Lösung der Aufgaben des ewigen Lebens notwendig ist, einschließlich der Aufgaben des Quantensprungs. Könnten Sie uns zeigen, wie unter Berücksichtigung oder Unternutzung Ihrer besonderen Fähigkeiten und Erklären dieses PRK programmiert und eingestellt wird, wie das funktioniert? Ja, beim Einstellen des Gerätes für den individuellen Benutzer verwende ich die Fähigkeit des steuernden Hellsehens und schaue mir zum Beispiel an, wie die zukünftige Wechselwirkung mit dem Gerät geschieht. Aber in diesem Fall kann ich sagen, dass ich zuerst die Wechselwirkung mit der Ebene des ewigen Lebens betrachte, die bei der Geburt des Menschen besteht. Ich betrachte den weiteren Entwicklungsverlauf, bei dem wir schon eine Zeit lang selbstständig arbeiten. Dabei stellt sich heraus, dass diese Ebene, eine bestimmte Sphäre des ewigen Lebens, die bei der Geburt im Menschen existiert, sich unterschiedlich offenbart, und zwar abhängig von ihren Segmenten in verschiedenen Bereichen des Körpers. Das ist zum Beispiel eine Sphäre, die sich im Bereich der Lendenwirbelsäule befindet. Dann geht das Licht dieser Sphäre durch den Körper und ich beginne die Materie des ewigen Lebens, die das Gerät generiert, geometrisch mit dem zu verbinden, was von der primären Ebene der Geburt des Menschen ausgeht, das, was von Gott ausgeschieht, was von Gott geschaffen ist. Wenn sich dann diese Leuchten miteinander verbinden, stellt sich heraus, dass genau die Kopplung des Lichtes der Ewigkeit, das vom Menschen und vom Gerät ausgeht, eine spezielle Aufgabe ist, die Steuern des Hellsehen erfordert, um diese Kopplung schnell und präzise durchzuführen. Spielt dieses Gerät in dem, wir haben das vorhin ja besprochen, globalen Quantensprungprozess eine Rolle und wenn ja, welche? Ja, wenn wir, wie schon gesagt, von der klassischen Physik ausgehen, in der ein Quantensprung ein anderes Energieniveau bedeutet, eben die Zunahme der Energie, so wird die Erhöhung des Energieniveaus durch die Struktur des Quantensprungs genau aus Sicht der Sicherstellung des ewigen Lebens realisiert. Das heißt, unter den Bedingungen sehr verschiedener, komplizierter Mechanismen eines Quantensprungs gibt das Gerät ein klares Programm, welches den Menschen schneller zum Ziel führt. In manchen Fällen kann er sich mit Hilfe des Gerätes die grundlegenden Strukturen der Steuerung aneignen, gerade in dem Fall, in dem er im Handlungsrahmen des Quantensprungs schnell handeln muss. Deshalb realisiert das Gerät auch genau diese Aufgabe, dass alle beim Quantensprung das ewige Leben, die ewige Entwicklung erhalten. Was kann man nochmal Thema Quantensprung den Menschen an sich empfehlen, damit sie das möglichst harmonisch erleben, Schrägstrich überleben? Ich bin der Meinung, dass die Menschen sich einstellen müssen, das ewige Leben für sich und für alle als Aufgabe stellen. Das heißt, die Sicherstellung des ewigen Lebens für sich und für alle im physischen Körper. Diese Aufgabe ermöglicht es, Fragen zu lösen, die beispielsweise nicht nur den Quantensprung betreffen, sondern auch nachfolgende Entwicklungsebenen. Mit Erreichen des ewigen Lebens entstehen zum Beispiel andere Strukturen von Aufgaben und Entwicklung des Menschen, die schon jetzt bei vielen realisiert werden. und meiner Meinung nach zeigt sich, dass es hier außerdem sehr wichtig ist, einen technologischen Mechanismus zu haben, der im Rahmen des Quantensprungs sehr hilfreich sein kann, wenn die Zunahme des Energieniveaus stattfindet und es ist notwendig, dass dies ein kontrollierbarer Prozess ist. Es ist wichtig, hier eine akkurate und korrekte Technologie zu haben. Meine Lehre ermöglicht es, diese Technologien zu beherrschen und das Gerät der Konzentration Entwicklung, PRK1U, kann das und bietet diese Genauigkeit der Erhöhung des Energieniveaus mehr noch, genau in den Strukturen, in den Vibrationen, die das ewige Leben sichern. Und deshalb berate ich erstens, der Idee des ewigen Lebens überall und unwidersprochen zu folgen und zweitens ausbildende Technologien meiner Lehre oder anhand des Gerätes dafür zu nutzen, um es jeden Augenblick in der Praxis zu realisieren. Es geht ja darum, dass möglichst viele Menschen auf diese neue, auf die höhere Entwicklungsebene im Rahmen dieses Quantensprungprozesses kommen. Was kann man tun, welche Maßnahmen kann man ergreifen, dass es wirklich auch möglichst viele Menschen schaffen und möglichst viele Menschen werden? Nun, wie ich schon sagte, besteht hier die Aufgabe, dass es alle Menschen betrifft. Und die Hauptaufgabe jedes Menschen besteht darin, das Wissen an einen anderen Menschen zu übertragen. Und wenn jemand neben seinen eigenen Leistungen Technologien persönlich gut beherrscht, aus Gründen wie er hat Zeit, er ist ideologisch standhaft, er findet, dass dies die einzige natürliche Richtung in der Entwicklung ist, soll er seine stabile, weltanschauliche Position an alle weiterreichen können, die, wie ich erklärt habe, in diesem Fall die richtige ist. Und genau das, dass es die Pflicht jedes Menschen ist, Wissen anderen weiterzugeben. Zu lernen, Wissen auf ewige Zeit weiterzugeben, ist natürlich das, was jeder Mensch zu tun hat. Ein letztes, ganz besonderes Thema, auch ein heißes Eisen, sage ich einmal. Sie sprechen vom physischen, vom ewigen Leben im physischen Körper. Wie muss man sich das vorstellen und wie kann man das erreichen? Das ewige Leben im physischen Körper stellt tatsächlich keine besonderen Probleme in Bezug auf das Paradigma des Wissens dar. Denn indem wir lernen, mit dem Bewusstsein Gewebe zu heilen, Ereignisse zu steuern, die keinen erheblichen Schaden anrichten, so ist klar, dass damit bereits das ewige Leben gewährleistet wird. Unter der Bedingung der Existenz des ewigen Kosmos, der ewigen Erde und so weiter. Wenn wir gerade aus Sicht des ewigen Lebens im physischen Körper dazu noch die Handlung Gottes, des Schöpfers der ganzen Welt betrachten und wir wie er handeln, können wir praktisch das gesamte äußere Weltall kontrollieren. Das heißt den physischen Weltraum. In diesem Sinne zeigt sich, dass wenn der Mensch konkrete Dinge beginnt, die er empfinden kann, zum Beispiel sich zu heilen, anderen zu helfen, Technologien wie das PRK1U und andere Systeme zu erschaffen, die das ewige Leben gewährleisten, garantiert die Überlappung der geistigen göttlichen Handlung mit diesen Technologien reales ewiges Leben. Das ist unabhängig von den Entwicklungsstrukturen des Weltraums. Und sogar ungeachtet der, wie ich sagte, Existenz eines Kontakts mit der göttlichen Ebene, also wie schnell sich quasi die geistige Sphäre entwickelt. Denn wir müssen verstehen, dass die Gewährleistung des ewigen Lebens nach dem Tatbestand des Lebens überall geschehen muss. Und wenn die Entwicklung bereits so verläuft, dann entsteht genau diese qualitative Ebene. Sie entsteht, wenn schon viele Menschen so geworden sind und somit sogar geistig unterschiedliche Strukturen aus der Sicht des Lebens nun andere Lebewesen auf der Welt ebenfalls beginnen, ewig zu leben, weil die Welt halt so ist. Deshalb wird dies von einer bestimmten, hier muss klar gesagt werden, von der göttlichen Ebene gesichert. Somit ist es notwendig, gleichzeitig auch diese Ebene zu kennen. In diesem Zusammenhang gibt es in meiner Lehre sowohl die Wissenschaft als auch die Religion, das heißt eine religiöse Erkenntnis und eine wissenschaftliche Erkenntnis. Das sind zwei gleichwertige Systeme der Erkenntnis und Realisierung des ewigen Lebens. Gibt es jetzt schon Informationen über jemanden, der ewig lebt? Ja, diese gibt es. Ich achte darauf, dass es unter den Studenten, die nach meinen Technologien studieren, immer mehr Studenten gibt, die in vollem Umfang über die Information und den technologischen Apparat in Bezug auf den Aufbau des ewigen Lebens verfügen. Und für sie ist es kein Problem mehr, ewig zu leben. Wenn es hier, wie gesagt, um alle geht, nicht um einzelne, nicht nur um mehrere Personen oder um Millionen, sondern allgemein um alle, so zeigt sich, dass es hier wichtig ist, den Umfang des Wissens, des hellen, reinen, lakonischen Wissens dermaßen zu entwickeln, dass die göttliche Ebene mit unserer alltäglichen Praxis und mit den Technologien der Gewährleistung des ewigen Lebens verbunden werden sollte. Dann kann gesagt werden, dass die Übertragung dieses Prozesses auf alle, bei richtiger Herangehensweise, keine so lange Perspektive ist. Wir leben jetzt in einer, darüber haben wir gesprochen, Zeit des Umbruchs, der Veränderungen, auch der Unruhen, auch der Unsicherheiten. Sie sprechen von einem globalen Quantensprung. Was wäre, gibt es so etwas wie eine Botschaft, die man den Menschen in aller Welt mit auf den Weg geben kann? Nun, ich wünsche allen Menschen ewig zu leben. Was die Empfehlung betrifft, so empfehle ich, sich damit so zu beschäftigen, wie sich der Mensch mit einem Lernsystem beschäftigt, das mit dem Kindesalter in der Schule beginnt. Das heißt, sich wie mit einem Fachwissen zu beschäftigen, was Zeit erfordert. Und es ist besser, es täglich zu tun, wie im System der Erkenntnis, welches Lebens notwendig ist. Um auch das zu haben, was zu tun ist, hat der Mensch an erster Stelle all seine Fähigkeiten, hat diese zu entwickeln, sich selbst für diesen Prozess, und natürlich meine Lehre. Sie ermöglicht es wirklich jedem, der lesen kann, sich die Technologien des ewigen Lebens anzueignen, weil die Lehre in Textform gegeben ist, die ich hauptsächlich ins Diktiergerät spreche. Das heißt, sie werden als mündliche Rede wahrgenommen. Und da ich beim Sprechen die Information der Zukunft betrachte, ordne ich die Wörter und Sätze so an, dass es für jeden das ewige Leben gewährleistet. Deshalb kann jeder, der hinhört, persönlich sein Werkzeug finden, die Verfahren und Methoden, die es ermöglichen, auf Grundlage meiner Lehrtexte die Technologien des ewigen Lebens zu meistern. Und obgleich es ja viele aktuelle und zukünftige Probleme in der Welt gibt, empfehle ich natürlich auch, meine Lehre gerade im Hinblick darauf zu studieren, dass sich die Fähigkeiten des steuernden Hellsehens und der steuernden Prognose entwickeln, die es unter anderem ermöglichen, neben der Lenkung von Ereignissen, allgemeine Konfigurationen zu Beginn der Ausbildung oder ganz präzise Ereignisse zu sehen. Wie wir wissen, haben wir die Kenntnis über die Information und die Fähigkeit, diese Lenken zu korrigieren, und zwar über die Makroregulierung der eigenen Bewusstseinsstrukturen im gesamten Weltprozess und über physische Handlungen, was uns auch erlaubt, künftige Aufgaben zu lösen. Somit gibt das Lehrmittel ein komplett vollständiges Bild von dem, wie es gemacht wird. Die Autarkie der Lehre ist das, was darin eingebettet ist, eine vorbereitende Struktur, für die die Vertiefung der Kenntnisse einer anderen Struktur genutzt werden kann und umgekehrt. Und ich denke, es ermöglicht alle Fragen zur Gewährleistung des ewigen Lebens zu lösen. Daher meine Empfehlung, systematische Ausbildung, Anwendung des Apparates meiner Lehre, des Ausbildungsprogramms, jegliche Technologien, die dazu beitragen, solche wie das PRK 1U und natürlich die eigene Entwicklung. Herzlichen Dank, vielen Dank für dieses Gespräch. Viel Erfolg für die wirklich schwere Aufgabe und die große Aufgabe und vor allen Dingen auch die nötige Kraft, die die Umsetzung dieser Berufung letztendlich bedeutet. Vielen Dank für all das, was Sie für die Menschen tun. Ich bin auch sehr dankbar für unser Gespräch, für dieses Interview, das in Bezug auf die Gewährleistung des ewigen Lebens sehr professionell aufgebaut ist. Ich möchte allen danken, die diesen Gesprächsprozess, das Interview organisiert haben. Und ich möchte darauf hinweisen, dass ich natürlich so weit wie möglich meine Schritte unternehme, so weit ich nur kann. Und ich glaube, dass wir selbstverständlich das ewige Leben für jeden gewährleisten, auch durch gemeinsame Bemühungen. Es ist wichtig, dass jeder sich beteiligt, das heißt, jeder an seinem Platz, wenn er sich an diesem Prozess beteiligt. Folglich denke ich, dass wir die die Frage der Sicherstellung des ewigen Lebens für alle hinreichend schnell genug lösen werden. Wenn unter bestimmten Bedingungen dieser Prozess in nächster Zeit beginnt. Ich denke, dass dies ganz deutlich und schnell geschehen wird, nach objektivierten wissenschaftlichen und praktischen Kriterien. Dabei wird klar, dass jedermanns Teilnahme an diesem Prozess praktisch eindeutig und unerlässlich ist. Ich glaube, dass sich die Menschen auf eine Gesamtbeteiligung einstellen müssen, unabhängig davon, welche aktuellen Angelegenheiten jeder gerade hat. Nun, in dem Sinne, obwohl ich schon lange Zeit in dem Bereich arbeite, kann aber jeder, der gerade erst anfängt, in dieser Richtung zu arbeiten, seine unschätzbare Teilnahme darin sehen, dass es das ewige Leben ist. Und das geht alle an. Vielen Dank. Liebe Zuschauer, ihr habt es gehört, wir reden von einem globalen Quantensprung, einem Prozess und jeder von uns eigenverantwortlicher die Möglichkeit, mit dabei zu sein oder es eben sein zu lassen. Und das muss jeder letztendlich selber entscheiden. Ihr habt die Möglichkeit, dieses herausragende Wissen und die entsprechenden Technologien im Thailand-Projekt zu erlernen. Wir blenden die Internetadresse des Thailand-Projektes ein mit Informationen, auch in die Tiefe gehenden weiteren Informationen zu dem wissen und mit Terminen, konkreten Terminen und Möglichkeiten natürlich an Seminaren und Veranstaltungen teilzunehmen. Und dann kann sich jeder nur selber überlegen, inwieweit er oder sie bei diesem globalen Prozess mit dabei sein möchte oder eben nicht. Und in diesem Sinn wie immer ein herzliches Dankeschön für das Interesse und die Aufmerksamkeit. Tschüss und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Platz, wenn er sich an diesem Prozess beteiligt. Folglich denke ich, dass wir die Frage der Sicherstellung des ewigen Lebens für alle hinreichend schnell genug lösen werden. Wenn unter bestimmten Bedingungen dieser Prozess in nächster Zeit beginnt. Ich denke, dass dies ganz deutlich und schnell geschehen wird, nach objektivierten wissenschaftlichen und praktischen Kriterien. Dabei wird klar, dass jedermanns Teilnahme an diesem Prozess praktisch eindeutig und unerlässlich ist. Ich glaube, dass sich die Menschen auf eine Gesamtbeteiligung einstellen müssen, unabhängig davon, welche aktuellen Angelegenheiten jeder gerade hat. Nun in dem Sinne, obwohl ich schon lange Zeit in dem Bereich arbeite, kann aber jeder, der gerade erst anfängt, in dieser Richtung zu arbeiten, seine unschätzbare Teilnahme darin sehen, dass es das ewige Leben ist. Und das geht alle an. Vielen Dank. Und in diesem Sinn wie immer ein herzliches Dankeschön für das Interesse und die Aufmerksamkeit. Tschüss und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.